Und ein herzliches Willkommen zurück zu einem weiteren schnellen Spiel bei Super Smash Bros. Ultimate auf den Nintendo Switch. Ja, nachdem es eigentlich sehr spannend war die letzten drei Male, als die letzten drei Videos, versuchen wir mal weiterhin mit der Piranha-Pflanze unser Glück. Und schauen wir mal, was wir so für Gegner finden. Ein Bowser von Alec. Drei, zwei, eins, los! Okay. 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 Ah, ich lebe noch. Scheiße. She mesmo blessing. Okay. 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 Ja, 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 ja. Nein! Nein! Skips on it! Oh, was ist denn jetzt los? Oh, was ist denn 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 los? Das war's. Oh, ich sehe jetzt erst mal, was das für eine Welt ist. Oh. 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 es gibt es dann nicht schon wieder es gibt es damit zwei leben ist ja noch heftiger hatte ich ja vorhin 2 zu 0 gewonnen also einmal ohne einmal zu sterben das war ja cool warum hängt das internet so ist ja wahnsinn wer weiß wo die leute herkommen wahrscheinlich da wo unwetter gerade herrscht oder so dass es da dann natürlich so abhängt nicht abhängt megaman der star drei leben haben wir wieder meine hüte ist ja nervig ja 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 Okay. Gibt's denn? Boah. Huch. Hat ich denn so ein Ding da eingesammelt, oder was? Ah. Alter. meine güte der ging aber ab hier da hatte ich ja fast durch chancen hatte ich eigentlich der dran gewonnen problem das noch mal ich glaube so irgendwie weniger aber naja versuchen wir es mal es Ah! Ja, nach wenigstens einmal. 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 Ja, nach wenigstens einmal.